Uhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldus G3. Schnelle Aufnahme-Session bevor ich zur Arbeit muss. Wir haben heute glaube ich viel zu kämpfen, weil wir haben mir Hals hin versprochen, dass wir noch die leistlichen... Don't waste a step. Die restlichen Anführer der Goblins töten. Und bis jetzt sind wir hier die meisten Auseinandersetzungen aus dem Weg gegangen, die es hier gab und hier Freundschaft. Die dürften wohl nicht viel haben. Gefängnisschlüssel. Nix. 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 Aber ich glaube das hier ist dann das Gefängnis in das wir gekommen wären, wenn wir die Wache nicht bestochen hätten oder nicht versucht hätten zu bestechen. So. Wir sind immer noch in unserer Draw Form. Um uns ein bisschen Respekt zu verschaffen von den Goblins. Drang des Federfalls. Drang des Federfalls. Ja. Kann man bestimmt mal gut gebrauchen. Tafelsilbe. Primitiver Streitkolben. Nehmen wir auch mal mit. Und vielleicht zahlt uns irgendwer was dafür. So. Hier gibt's. Explosionsfässer. Oder ist das das? Und ganz. Ne. Jetzt nur Wein. Ja. Untersuchen. Feuerwein. Ja. 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 Kaputter Schrank. Uh. Uh. Das ist doch mal ne Ausbeute gewesen. Die ich jetzt nicht so erwartet hätte. So. Hallo. Very well. Die Augen. Wieder? Du willst dich als Spiderfood werden? Du hast gesehen? Du hast gesehen? Flaming Fist Thuggo hat ein Stück aus meinem Arm. Letzter. Uh huh. Das letzte Dinwid. Ah ja. Da haben die jetzt weggegangen hier die anderen. Interessant. Ah ja. Haben die jetzt weggegangen hier die anderen. Interessant. Dann. Ja. Mach mal. Ah da sind sie auf einmal wieder. Na gut. Ähm. Komm schon. Ne. Der hat jedes Mal einen Fehlschlag. Ne. Jeden verdammten Kampf. Er ist echt unfähig. Würfelt halt auch scheiße. Muss man auch dazu sagen. Ehm. Ein Crit. Ja. Mhm. Komm ey. Das brauchen wir jetzt nicht. Anscheinend doch. Ei 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 ei. Ähm Moment. So. Wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Hier. Der einzige auf den man sich so halbwegs verlassen kann. Ja. So sieht's aus. Link ist unterbrochen. So Will. Jetzt mach mal hier. Mach mal was vernünftiges hier. Du kannst das umsonst machen. So dann. Ne 4. Ja. 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 Weißt du. Ich hatte dich eigentlich in die Gruppe geholt. Oh Gott. So. Wo jetzt hier. Wo ist was? Wo? Wann? Ah da oben. Hallo. Winthera kommt uns besuchen. Ach von da drüben guckt man auch hier rüber. Interessant. Ja. Ja. Was macht man denn da? Gucken uns die erstmal an hier. Was kann die ja hin? Aura des Schutzes. Oh ja. Ja. Intelligenz ist nicht so gut. Für rüberwillen. Feindlich gesinnt. Keine Resistenzen. Das sagt mir, dass wir. Wenn die gleich hier alle rüber kommen. Vielleicht auch mal. Ja. This is your time. Genau. Ähm. So. Und jetzt. Gerne mal. Einen Treffer. Oder einen kritischen Fehlschlag. Ist auch okay. So. Ja. Halt ihn. Halt ihn fest. Läuft schon. Passt schon. So. Einzig doof ist, dass sie das in Highground hat. Und wir hier von hier unten kämpfen müssen. Unser neuen Bogen mal ausprobieren, wenn er trifft. Rettungshof auf Konzentration geschafft. Ähm. So. Schadenshof eins. Ja. Super. Plus vier. Stärke. Ähm. Eins plus vier ist doch nicht gleich acht. Wahrscheinlich kommt dann noch der. Plus vier ist der Stärke Modifikator. überhaupt. Plus zwei ist. Eins ist fünf. Ist immer noch keine acht. Wie kommt man hier auf acht? Moment mal. Wie kommt der auf acht? Ah ja. Plus drei. Alles klar. Okay. Das war das, was da nicht drin stand. Alles klar. Das war das, was da nicht drin stand. So und du. So. Ähm. Das ist halt jetzt echt. Wie. Ah. Jetzt kommt sie nach unten. Und tötet Will. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Wer von uns hatte denn die Hold Person? Oh. Let's go some blood. Irgendjemand hatte doch eine Schrift toller. Er hatte die. Okay. Dann. Sollte der die vielleicht gleich mal auspacken. Und ich glaube hier brauchen wir. Die Rage. Gegen die Anführerin. Könnte das. Nützlich sein. Auch wenn wir daneben schlagen. Ja eigentlich. Ja 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 ja. Ähm. Heilendes Wort. Hier unten. Wupp. Und. Wo läuft der hier hin? So. Hm. Ah ja. Gut. Die ist ja schon so gut wie hin. Sehe ich gerade. Jetzt nicht mehr. Bester Kämpfer Astario. Muss man mal heilen hier. Was jetzt? Ähm. Stärke Rettungswurf. Ist sie verzaubert? Ne. Weil er in Down gegangen ist. Also macht das da keinen großen Sinn. Konstitutionsrettungswurf. Aber wir versuchen es mal. Hier wieder hinzu. Was gelungen. Aber. Na ja. Denn er läuft hier zu dem Wardrum. Der läuft hier zu dem Wardrum. Dump dum 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 dum, dum. Jetzt kommen die ganzen Leute an gerauscht. Und ist das wohl unser Battlefield hier? So. Das muss doch jetzt klappen hier. Jawohl. Sie ist down. Hm. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erforderst, erhältst du einen Zug lang Wucht. Wenn du dich konzentrierst, kannst du nicht liegend werden. Athletisch, das ist auch gut. Hmhm, hmhm, hmhm. Blut kommt so schnell diese Tage. Läuft. So, hier kommen... Leute kommen jetzt hier gleich alle rein, ne? Gehen wir mal ein bisschen hier... ...Stapel teilen. Ein bisschen, ein bisschen Heiltränke verteilen. Hier... ...Stapel teilen. Hier wird welche gebraucht. Hier werden welche gebraucht. Stapel teilen. Kriegst auch noch welche. So, und irgendjemand hier hat das da. Zack. Und dann ein paar... ...mehr... ...Sachen hier. Ja, kommt mal alle hier rüber. Ich finde den Kampfort hier gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir dann... Wir müssen hier alle durch den Engpass durch. ...Hast schon. So, und er kann sich hier mal... ...verstecken. So. Kommen die denn auch rüber oder machen die da nur irgendwie ihren... ...und dann laufen die hier nur in die Ecke und wissen nicht, was sie machen sollen. Anscheinend wissen die nicht, was sie machen sollen. Okay, dann ist es also an mir... ...jetzt den Kampf zu ihnen zu bringen, ne? ...Wenn immer dauntlos, Fliege zu Fuß. Jetzt läuft er wieder zurück. Aber die kommen irgendwie nicht damit klar, dass wir hier direkt hinter der Wand sind. ...ihm... ...und das wird schön machen. Hm. Ähm... ...Spurten? Ich habe meinen Weg gefunden. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Dann gehen wir. Ich sollte anfangen. So, jetzt kommen wieder ein paar dazu. Aber jetzt haben wir auch keinen Engpass mehr. So, Schleicher pro Peicher. Let's go. Das ist mein Zeitpunkt. Zwei Schritte gleichzeitig. Meine Hoffnung wird mich beschützen. Ich muss weitergehen. Ich kann nicht sogar meine Wälder fassen. Na, kommt ihr jetzt hier rüber? Hm. Hallo? Okay, jetzt geht es hier recht rund, weil es sind echt viele. Aber... Aber man muss ja, ne? Hm. So. So. Hm. Hm. Der ist down. Will hat mal was getroffen. Sehr gut. Hm. So. So. Time to push my luck again. Rach. Hier wieder. Mhm, mhm. Und jetzt? Gut. Strahl der Übelkeit. Ja. Plus 2, plus 1, minus 2 in die niedrige Position. Okay. Das ist gut. Hey, heilige Flamme auf Schattenherz. Das geht ja wohl gar nicht. Hallo. So, einer noch. Na? Bleibst du da hinten stehen? Anscheinend. Sehr gut. Gut. Dann schleichen wir wieder hier rum. Nicht genug Bewegungsreichweite. Ähm. So. Und down. Dann mach's aber auch ne? Also nicht nur hier groß rumkrakehlen, sondern auch machen. So du hast hier einen Heiltrank verdient. Und... Und... Down. Oh ne, doch nicht down. Wodurch bekam er jetzt einfach hier... Beharrlichkeit abgeschirmt? Die müssen super lange überlegen hier, was sie tun. Geheilt, hm? Aber solange die da alle durch das Nadelöhr mit den Barbaren durch müssen... So... Kann jeder zur Seite rausschießen? Kann ich nicht, ne? Aber ich kann hier wieder... Nach hier vorne laufen. Und hier wieder so'n... Schuss machen. Und mich dann verstecken. Ah, nach hier drüben geht nicht, ne? Ja, ja, ja. So... Kritischer Fehlschlag. So, ich glaube aber jetzt können wir hier mal so'n... So'n Ding reinbeschwören. Nein! Das war dumm. Das war gaaaanz dumm. Böse. Aus. So... Ja, genau. Jetzt gibt es hier nämlich einer im Sack. Was ist hier? Dann ist sie noch nicht mal auf ihren Schild zurückgewechselt. Ja. Hm. Und wieder einer weg. Hm. Fünfzehn. Oh, zehn immerhin. Ja, du solltest dich mal heilen. Hm. Ich will dich töten. Immer einen schuldigen Moment. Ach nee. Ach. Dummheit. Langgehaltende Kämpfe sind mit dem auch nicht so gut. Und er hat noch volle Lebenspunkte. Der... Zwölf. Das schon... Oh, okay. Aber mit nem Crit nur fünf Schaden gemacht. Und Fehlschlag. Das sind die einzigen, die noch über sind, ne? Stimmt das? Richtig? Richtig? Schleiche ich mich mehr nach hier hinten. Du, 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 du. Du, 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 du. Hihihihihi. So. Einer ist noch über. Was soll ich machen? Uh. Shadowharm. Eieieieieie. Eieieieie. So. Jetzt beginnt die große Looterei hier. Open up. Und dann ist es nur noch ein Typ, der fehlt. Hier ist auch noch jemand, der gelootet werden kann. So und hier waren jetzt ja noch Söldner, die machen eben auch noch gerade platt, die müssten da eigentlich noch stehen, oder doch nicht, nein, keine Söldner zu sehen, die abgehauen. So, hallo, halli, halli, feuerwein, hier Rauchpulverfass, stehlen, 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 so und dann tun wir die alle mal ins Lager, die können wir bestimmt noch irgendwann noch mal verwenden, hier genauso wie hier, das können wir jetzt gerade auch noch behalten, so, hier, stehlen, 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 überladen, Lager senden, Lager senden, Lager senden, so, was haben wir hier sonst noch, leere Kisten, schwere Truhe, der schleicht hier immer noch, easy, jede Menge Gold, können wir gut gebrauchen, so und hier ist eine Felsspalte, wo wahrscheinlich alle nicht reinpassen, so, ähm, Feuerwein, 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 brauchen wir alles nicht, hier kannst du mal raus aus deinem Versteckding, so, hier sind, hier sind auch noch ganz viele, ganz viele Sachen, Dolche und Schilde, Schriftrolle des Wiederbelebens, noch ein Rauchpulverfass, Lager senden, so, da oben ist nix mehr, hier waren wir ja schon drin, so, da drüben war jetzt noch die Ogre-Frau, aber da gehen wir später hin, ich würde sagen, wir machen für diese Folge mal einen Break und dann holen wir uns beim nächsten Mal den letzten Anführer der Goblins, macht's gut, tschüss! Sch 2022